hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen let's play hier im neuen jahr wir spielen nämlich den go simulator nicht go simulator ja wir gehen einfach mal hier auf play und ich gehe jetzt einfach mehr unten auf play weil ich nicht weiß was das andere ist ich habe es mir noch nicht angeschaut habe einfach mal so eine map schon mal generiert okay wir sind schon im spiel ich dachte so ein ladebildschirm ja gucken wir mal was haben wir hier so schönes geil jumping completed toll was ist davon jetzt der sinn was kann man hier machen aber man kann die weg schubsen lustig okay naja das ist doch schon mal was wir schauen uns erst mal heute die welt an und ja die folge kommt halt immer wann macht man das kommt halt immer dienstag sagt man mal dienstags ja heute ist ja dienstag und ja jede woche einmal so 15 minuten ups könnte drunter lang laufen ja aber das ja scheiße doch man kann ja lang laufen ja geht was machen die denn hier ist ein auto geräusch halt boah scheiße car accident okay da kriegt man wohl zusatzpunkte wenn man einen unfall baut okay gibt es irgendwie was ist der sinn von dem spiel aber man kann ja die welten wechseln oder ja ich glaube man kann ja die welt wechseln schauen wir uns jetzt einfach mal hier so um ohne silvesterrakete das ist aber bescheuert okay wo wie man das raushängen hier einmalig oben sind wir auf dem dach gesprochen der finde ich auch gut kommt docking als ja gehen wir mal hier gemütlich die treppe nach oben eine rutsche und das liegt ja halb also wer macht das schon richtig spaß also das becken haben die falsch so kann man hier auto fahren oder was ist das für ein rotz nein er fällt auf uns eine fällt runter boah hier wir können ja ein lkw bewegen mit nur ziege wie stark die hier ist war hier da fliegt hier da fliegt da fliegt da fliegt also er macht das spiel schon richtig schönen spaß hier ob es ein auto genommen wird zerstört wo wir hängen im fenster dass man kann ich in den haus einbrechen das finde ich jetzt aber uns sympathisch man kann nicht einbrechen ok ok ich will nicht schon wieder überfahren werden was gibt es da drin ein laufwand keines laufwand nochmal ich muss nochmal gemacht werden du kannst du nicht versuchen drauf zu laufen ist unmöglich so jetzt springen wir hier mal geil das haben wir jetzt gekriegt ob es gestorben stehe auf wo was das für ein schöner tor jetzt sind wir im ziehen gehäge hau hä was ist denn das ein rotz los kommen na dann laufen wir halt so rum aber man kann hier hoch gehen das finde ich schön das ist doch schon mal was hier kommt man nicht rein boah kompliziert ohne runter zu fallen also hat man schon mal eine schöne aussicht so geil dass ein baumhaus ob man da hochkommt so wahrscheinlich hoch springen und trampolin sie sind da drin was wir haben jetzt geil wir sind der könig das finde ich ja geil wir verbrennen gerade ich glaube wir haben schon das erste level kompliziert ja wir haben schon freigeschaltet geil wir haben schon das erste erledigt wunde dass ich wusste auch gut schauen wir uns dass du alles in so einem turm reinpasst war hier die 3 flucht des zweckloses ok ja was kommt denn hier nach nähe hier ist immer schon wieder da unten da will ich jetzt nicht hin da war mal gerade erst ist ja wenigstens strom drauf auf dem kabel wurde straße drüber geflogen okay auf das baumhaus sollten wir mal hochschauen kommt dann da hoch stimmt ist eine leiter man kommt da nicht hoch finde ich kacke naja was haben den hier drüben für eine schöne vorstellung was auch immer das war wir stürmen es jetzt machen es kaputt nein er versucht zu fliehen schnell hinterher 1 von 30 achtung muss das hier sammeln jawohl wir fliegen wir können wo wir wollen in der hochspannungsleitung schade dass sie kein effekt eingebaut haben dass man gleich in der hochspannungsleitung und wieso sind jetzt ja schon wieder da das geht aber gar nicht jetzt bin ich hier wieso hat mir das jetzt da unten gestrichen was ist das für ein rotz naja ich weiß gar nicht angefangen habe ich glaube vor sieben minuten oder so naja ist jetzt ja haben wir dich gekriegt hier wäre flucht versuch zwecklos und hast du zurück geschleudert okay ja dann haben wir schon mal ja wir haben ja einiges schon erledigt können ja hier noch mal gucken was dir so feiern lecker essen 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 ah ok wir haben was neues anscheinend freigeschaltet er brennt er bleibt scheiß ich brenne wasser wasser ich mache hier gar nichts ich laufe einfach bloß herum kriegt schon was freigeschaltet so machen wir jetzt hier hoch was man kommt ja nicht hoch das unsympathisch wie soll ich bin schön da hochkommt das sprungbrett ja ja nein scheiße werden sprung nicht getroffen so kommen aufstehen und weiter geht's knallhart hier waren wir schon mal am anfang mit der rutsche wort die da oben war kann ich mich daran erinnern scheiße am laternenmast entsorgt ist ein kran ob man da hochkommt ich will da hoch ich will da hoch geil man kann das sogar hoch form wir jetzt mal etwas kran da oben ist das sprungbrett wo wir hoch das geht wahnsinn und da hängt ein bau container dran am kran steht einer drin anscheinend ich will es nicht immer aus der seite bewege nicht dass ich dann abkacke hier muss man wahrscheinlich genau man muss hier einmal ringsherum laufen ganz vorsichtig ja ich sage jetzt gerade nichts muss mich konzentrieren also das ist ja sehr kompliziert ok jetzt habe ich das mit den leitern gehen langsam verstanden dann kann man auch noch mal zum baum ausgehen so schauen muss erst mal den ballast klumpen er sprung sollte man nicht um immer drücken so kann man hier hoch kann man wie hoch kann man da eigentlich das wahrscheinlich noch dem app zu ich würde auch nicht unendlich gehen so ich glaube wir sollten langsam laufen sonst kippen wir hier runter und das ist neuer etwas wo etwas so leicht so so mehr kommen lauf ordentlich lauf wo wir können da jemanden runter schubsen ja er fällt voll drauf auf den tunnel ach da kommt man dann in die nächste stadt hier durch den tunnel verstehe das ist hier so ein abschnitt eingeteilt wir sind jetzt im ganz äußersten bereich oder etwas raus springen können schade dass ich jetzt erst gesehen habe wir machen uns jetzt mal den fahrern und versuchen das trampolin da und zu treffen das ist etwa hier ein stück hier so das ist da jetzt nicht in der ernst man kommt hier nicht raus so strecke ich mich die ganze zeit so an ist hier nicht runter falle da kannst du ja hier hin und her wackeln wie du willst komm anlauf sogar noch eingetroffen geil ich finde ich richtig geil ach das ist ja der dämon der geschubst haben da will uns abhauen seht ihr dass der will uns einfach abhauen hier ok dass also das gefällt mir hier sehr schön so diese geht noch und hier super wo man kann das nicht lesen wenn man so nah dran stehen wenn man weiter weg ist so nicht und das hier viel zu klein geschrieben ja fünf kilometer heimland kann nicht sein von oben saß weniger aus und sich bestimmt verschrieben wir schauen noch mal hier rein oh essen leckeres essen nam 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 radalieren radalieren hä was hat er gerade gesagt oder in seine hand steckte grad drin das sind sogar mehrere hier ich randaliere ja schöne das ist eine sehr schöne tankstelle die hat mir sehr gefallen ach sieht doch viel schöner aus als vorher nur das eine regal kann man hier noch umschmeißen hier das war sieht doch sonst nicht so schön aus so hier was ist denn das hier da muss man sich da drauf stellen ja hier der repariert autos kommen hier rein naja anscheinend nicht das ja oh fußball komm wir spielen noch eine runde fußball ja ja mein tor haltet den ball haltet den ball nein er springt uns weg hinterher naja okay das war die erste folge wir haben relativ viel geschafft wir sind jetzt sogar könig von dieser kleinen stadt finde ich richtig geil äh und wir machen uns jetzt mal nach wie heißt das himlen 5 kilometer was nicht so viel war und dann sehen wir uns in der nächsten folge haut rein bis nächste woche und ciao